nicht überraschend was sollen die machen wollen die sich nicht kacken oder was darf der hier überhaupt sein keine Ahnung man wenn ich jetzt beim Rebellenschub landen sollten uns die anderen Rebellen doch helfen rein theoretisch ich weiß nicht ich war natürlich auch tanken vielleicht geht den eher der Treibstoff aus als uns wäre jetzt die zweite möglichkeit ja ja wer ist denn das schreib dir mal bitte an der soll aus dem Rebellengebiet dann einfach direkt auf der Basis dann haben wir ja nicht keine chance ja das musst du uns nicht zweimal sagen ja Olaf kenn ich auch ach du kennst mich schon ja ich habe bisher noch der mit dem geilen Namen bisher habe ich leider noch nicht so viel illegales Zeug gemacht es ist halt immer schwer eine gute Gruppe zu finden wenn das dann auch Spaß macht ja das stimmt nur eben hatte ich gerade so einen krassen Überfall und die haben mich sofort gewolltet und dann haben die auch gesagt genau wo ich bin also die die ich ausgeraubt habe und dann sind wir hier gefahren erstmal über das Airport rüber dann über den Highway dann ins Gebüsch weiß ich nicht einen Kilometer gelaufen oder so gefühlt ich wollte gerade so wie du rennen und du fliegst los ja wir haben dich nicht gesehen und wir dachten gut der kommt jetzt nicht mehr und dann sind wir halt abgehoben das war alles etwas verzwickt weil die Bullen haben uns auch angeschrieben wir sollen sofort verschwinden sonst gibt es Ärger und so ja er ist nur immer unter uns der Typ also das war wie ja er gibt nie auf schreibt ihm bitte mal der soll abdrehen sonst ich hab's schon ich hab's schon ok aber was hat er dazu geschrieben? ich hab dem jetzt mal geschrieben er soll doch auf dem Gebiet verschwinden es ist eine gefährliche Gegend ja das ist ihnen bewusst sie wissen genau wer ich bin und wir sind so tot wir sind so tot wir sind so tot also wir können ziemlich schnell landen ja also wär cool wenn du die Landung antäuschen könntest ich glaube der landet echt da die werden vor uns landen ich würde an deiner Stelle durchstarten ok runter 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 alter du hast ihn kaputt gemacht egal man kann hier jemand kaufen alter ne Waffe mach ne Waffe jetzt gehts los ich freu mich schad endlich Action irgendeine Waffe ich weiß ich hab den Heli kaputt genutzt war mir grad so egal ich wollte das Ding einfach nur schnell runter bringen wo brauchst denn du jetzt ne Waffe ne Aufer und die Sanitäter sind auch gleich da Dr.Summer bei mir ruckelt's grad wie blöd alter wer kann mir Sachen verkaufen hallo wer kann mir Sachen verkaufen hallo Kaffee hast du mir Sachen verkaufen wunderschön dieses was ist denn passiert warum denn die Eile naja ich weiß nicht von ein paar Goppe äh wo geht also ich seh jetzt die Bullen hier nicht mehr ich kaufe mal ein Repair Kit für ein Hummingbird ich hab genug aber ich glaub der Tank ist eh alle das ist mir jetzt egal das Ding steht halt drin wo ist denn der stimmt ja da war alles hin eigentlich ja das wär aufm scheißegal gewesen da hol ich mir zwei nur raus ich krieg jetzt bitte ne Waffe du kriegst meine für 60k oh vielen Dank Dr.Summer das ist total nett von ihm total nett von ihm dafür nicht dafür nicht dafür nicht ich kann auch mich gerne um Menschen ja komm schon kauf mir ne Waffe kann sie mir auch noch selber kaufen solltet ihr jetzt nur rein kaufen sie sich ein Eis davon den ist da ach dankeschön dankeschön ich hab sie dunken ich hab sie dunken ja ich hab den Pupen könnten sie mich auch noch verbinden ist der mein Knie tut die ganze Zeit schon weh ich seh schon sie sind wohl hingefallen sie haben da so ne kleine äh oh man Wunde am Knie du solltest jetzt mal aufpassen wo die Schleine liegen ja ich bin auf der Straße gerannt und plötzlich war da so ne äh Lufthuckel und da bin ich gestolpert und bin einfach voll im Lauf hingefallen der Sonne würde weglegen die Waffe solltest du besser wieder um den Boden legen ach so die Waffe wieder um den Boden legen und es ist verboten hier sich Waffen zu kaufen einfach Alter ist das die Polizei? Scheiße die kommt ja sie wollen schießen ja äh kriege ich jetzt ne Pizzole oder irgendwas ok ich glaub jetzt gehts gleich los wir können leider sicherer Quelle erfahren dass sie Zivilisten ausgeraubt haben ähm mal die Frage was können wir mal rein also ich geh jetzt erstmal in das Haus da vorne rein für mich wahrscheinlich weil das übrigens grad gar nicht wenn wir so offen rumstehen die werden uns einkreisen die sind nicht dumm doch das ist richtig oder? alter alter das wird so ein Quell alter die haben grad Sinister umgehauen oder? was geht mit denen jetzt ab? die liefern jetzt Sinister aus weil deren Zivilisten ich verstecke mich jetzt irgendwo hier oben es bringt jetzt nichts gegen die zu kämpfen die machen uns eh blatt außer wir stellen uns jetzt außer wir stellen uns jetzt ich verstecke mich in irgend so nem Zimmer und wenn die kommen fick ich die so kommst du mit her? hier ist so ein tolles Bad da verstecke ich mich jetzt alter jetzt gehts los die beenden das jetzt wegen Sinister da obwohl ich gerne mitbekommen würde was da vorne passieren vielleicht gibt's auf der anderen Seite noch ein tolles Haus alter Vater ey hoffentlich im Bordentima ja Helium wo sind die jetzt gelandet? alter da ganz hinten an der Tankstelle alter ist das geil soll fett ah hier gibt's noch so ein Bord ich sag einfach ich hab den Helium immer geflogen der hat mich gezwungen der hat mich gezwungen hat mich erpresst ok ich werde sie jetzt sehen ich hab jetzt meine Waffe mal weggesteckt ich nicht da schweben auf jeden Fall Helis hinten ich hab mich vorhin übrigens verflogen deswegen bin ich so die Kurve geflogen an der Grenze ich bin einfach geflogen ohne zu gucken wohin die PewDieChief die los alter wie kann ich mich eigentlich hinsetzen hinknien also die landen jetzt hier wir sind so getot ja wollen wir die einfach schreiben die ergeben uns nee wollen wir uns bis zum Tod kämpfen nee ja was denn du? ja was haben wir falsch gemacht was hab ich falsch gemacht? wir haben jemanden zur Flucht verholfen auch wenn darauf wahrscheinlich nicht die Todesstrafe steht deswegen und wohl ja Flucht vor der Polizei ich versteck mich jetzt hier in so einer Wohnung und ich hoffe ich hör die wenn die kommen wo bist du eigentlich? in der Wohnung wo du grad durchgegangen bist vorhin ok warte ich hab grad zum Scheiß also die Rebellen haben auch noch den Bullen geholfen ich dachte das war ein Krieg oder so ja die landen jetzt alle hier naja ist klar alter was hab ich da getan was hat Sinister getan dass der so gesucht wird der hat irgendwen ausgeraubt hat er ja vorhin gesagt ja du werde irgendwen ausgeraubt alter was jetzt passiert ich weiß halt nicht ob es besser ist wenn wir zusammen sind oder getrennt aber ich versteck mich hier nicht nicht? du kannst jetzt raus? ja das vielleicht auch nicht ich hab das vielleicht auch gesucht das ist die schlimmste wie soll ich gesucht werden? die wissen doch gar nicht mal dass ich drin war das weiß ich halt nicht ja wahrscheinlich ist es nicht aber fuck ich hab den Zweifel geschrieben ja 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 endlich so macht das ganz schön Spaß nicht dass du dich jetzt hier rauswendest wie ein glitschiger Aal wie ein glitschiger Aal? ja der wendet sich doch aus den fängern menschlicher Hände heraus tötet das tötet das die eigene Leute aus wie dumm kann man denn sein? wie dumm kann man denn sein? ich weiß dass die nächster GF äh das nicht so cool finden denn werden Zivilisten ausgeraubt werden weil das machen nur Bandiden und keine Rebellen alter was ist hier los? aber what the fuck alter schau das grad an du schaust dir das grad an? ja siehst du ganz? ja die sitzen alle da und keine Ahnung kein Retter vor rum und redet irgendwie aber ich versteh den nicht haben die den Sinister noch dort denn? ich weiß noch nicht ich seh ihn noch nicht ich will ihn auch gar nicht sehen wenn wir ehrlich sind wahrscheinlich schon ja ja ist noch dort entschuldigen wir noch 233 wo sind die Bullen? der steht da wo die ganzen Leute stehen ich will halt gar nicht wissen wo die Bullen sind die fliegen da naja ist das ein Medic oder so ich will da jetzt auch nicht rausgehen also die Kings sind weg von selber bei lol ja ganz wichtig mach deinen Spaßmodus an von der Waffe nimm die Waffe wieder in dir wieso? wieso? oh was passiert jetzt? na weil die uns gleich raten werden vielleicht? meinst du? ne glaub ich nicht was landet da? go der Hedl hm ähm ist das ein Bulle? ne der hat keine Seitendinger ok aber weißt du die Bullen landen hier und die Rebellen kriegen es nicht hin die einfach rumzuschießen also was hier los ist ich will mich am liebsten auslangen und sterben ne ich will jetzt was was noch passiert wie ich drauf gehe ne ne ich will jetzt was was noch passiert ne ich ne E-Milix an deines wir sterben ja nicht ne ich will dich vergeb mich Vielen Dank. Vielen Dank. Rebel, 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 Rebel. Ja, wo? Ach, du kriegst die rein. Ja, da in die... Nimm deine Hände über deinen Kopf. Nimm deine Hände über deinen Kopf. Wir werden einmal kontrollieren, ob du Geld noch dabei hast oder was ich. Alter. 8000. Oh. Kriegen wir jetzt die 500.000 eigentlich von Sinister noch? Oh Gott. Okay, also die Rebellen scheinen ihn jetzt auszurauben. Okay, mein Freund, du hast Glück gehabt. Matros hat mir geschrieben. Dann kannst du deine Hände runternehmen und wieder gehen. Okay, Sinister lassen sie frei. Okay, ich glaub, dass jetzt alles safe ist. Ja, der kriegst du wieder. Was ist jetzt noch da? Coming Bird, hier ist so eine Hölle. Ja, geh mal wieder raus, oder? Ja, ich glaub, jetzt ist safe wieder. Warte, ich guck nochmal, ob die Bullen, ob die den Heli da hinten im Paar nicht haben. Also der Heli da hinten ist weg. Ja, der ist ja direkt hier auf dem Platz gerade nicht. Wir haben sie wahrscheinlich im Paar nicht zurückgeportet. Ja. Weil die jetzt keinen Bock auf uns hatten. Aber wir hatten es echt gut verschanzt. Also ich denke, das wäre lustig geworden. Und so um die Ecke, ich hab da eine übste Ecke gefunden. Es hätte ein bisschen gedauert, bis sie mich da rausgeschossen hätten. Hoffe ich zumindest. Außer die Therese wieder Runshot ist überhindert. Also wenn du Ärger hast mit Kopf und hast aber nichts getan, niemanden ausgeraubt, kannst du herkommen. Wir helfen, ja? Ja, dachte ich mir endlich auch, aber ihr konntet ja nicht sehen, dass das eigentlich nur entspannt war. Gut, okay. Schöner Rucksack. Gibt's den auch in Männlich? Wir geben, ja? Ja, ja. Okay, das macht dann. Wir haben gleich 93 Kau. 91? 93 Kau. Ich glaube, was ist passiert, oh mein Gott. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass die Rebellen, die Bullen hier weggescheucht haben und so gesagt haben, wir kümmern und schon um ihn oder so. Okay, glaube ich nicht. Glaube ich schon, glaube ich schon. Persönlich. Kann ich mir hier eigentlich jetzt ein Fahrzeug aus meiner Garage holen? Oh, ich hole mir mal an, als Juvie. Äh, vielleicht. Oh, Opa, mein Freund, oh, wie geht das dir? Oh, so viel Action, Gott! Aber du kommst einfach mal aus, als ein Fahrzeug. Ich denke mal, dass unterm Carport die Autos rausgeholt werden und unter, ähm, im Hangar die... ...gell, das gebe ich dir, das noch? ...unter Vehicle, gell, Räsch. ...Juvie, get Vehicle. Ah, wieso ist der jetzt? Ah, endlich habe ich eine schöne Farbe wieder. Ich habe mir auch einen raus, was hast du jetzt hier? SUV. Ein, das ist auch mein... Kann ich mir dann irgendwann vielleicht mal mein, keine Ahnung, Heli kaufen? Wir können jetzt hier, wo ist denn hier was zum Kaufen? Was eigentlich wird beim Heli? Ich will mal kurz gucken, ob der noch irgendwo steht. Äh, Limousine. Ah, Opa raucht wieder. Ja, immer. So, ich folge dir. Danke. Ich hoffe, dass mir jetzt keiner reinläuft. Ja, der ist gerade in deine Richtung. Geh'n Sie rüber, junger Mann. Ist ja auch ein Zefrastreifen. Ja, nur halt Kiesweg. Äh, dein Heli steht übrigens immer da. Ja, ich will mal kurz gucken, wie viel Treibstoff drin ist und ob ich zugeschlossen hab. Aber ansonsten habe ich ihn gut gelandet. Ich komme gleich wieder. Ich hoffe, ich explodiere dir jetzt nicht oder so'n Spaß. Ja, komplett leer. Hm, ja, los, dann. Zugeschafft. Stehen noch Servery Start. Also entweder jetzt fährt dir einer rein wie ein blöder. Gott, wegen den 500.000 ist es eine Hemd. Du hast jetzt nicht so, dass das... Du hast ja nebenher 500.000. 300. Ja, 300. So, wo muss ich denn überhaupt hin, ja. Ah, ich habe ihn noch meinen Marker gesetzt. Da könnt ihr ein bisschen da in die Fahrt. Also ich hätte jetzt mein Heli rausholen können, aber ich finde es lustig auch mal eine Strecke zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Mal was anderes. Schon ewig nicht mehr gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war kurz so für Action. Wieso haben die uns nicht versucht rauszuhören, das wäre so spannend. Keine Ahnung. Aber was hatte ich so gehofft jetzt? Ja, ich bin. Der Opa verkauft wie beim Rebellenjob für 9K pro Stück, alter 9K. Können wir uns daneben setzen, hier? Ja. Ja, ja, uns... ...arm Ländler, Kinderarbeit für 3.000. Also wir können... Ja, ich muss gerade überlegen, wo die Hauptstraße ist hier. Ich hoffe, du hast viele Repair-Kids, bitte. Kein einziges. Oh, nee, oder? Ich weiß schon, dass wir dann alle jetzt hier rufen müssen, aber ich hoffe, noch ein bisschen Geld mit. So 50.000. Sag mal, wo sind wir denn überhaupt? Ne. Da drüben ist irgendwo... Ich habe jetzt nicht vor, den in den Sonn zu setzen, instant, ne? Ich auch nicht. Der war teuer. Nee, der ist nicht. Na, die sind nicht teuer. Doch, die haben 750.000 Flimusil-Sport. Aber du hast einen SUV gerade. Ja, ja. Aber du hast gesagt, Autos sind nicht teuer. Das habe ich ja nur versucht zu dementieren. Das Wort habe ich halt versucht, den ganzen Tag zu lernen. Das habe ich das erste Mal mit einem... Also beim ersten Versuch ausgesprochen. Cerebralparese? Cerebralpare... Cerebralparese. Das ist ein fucking Wort. Und du weißt bestimmt nicht, was es ist. Ich wusste es bis vor bestanden auch nicht. Nee. Da ist jemand geistig und körperlich... Also geistig total behindert. So Schäden im Gehirn und so. Das habe ich heute nämlich in einem... Kommentar zu dem Video... Im Bezug auf Politiker... Gelesen. Und das Wort fand ich cool. Besser keiner versteht. Kannst jemand beleidigen, ohne dass es checkt. Das passt dir erst. Nee, das wäre schon... Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich komme gleich wieder. Echt? Hast du was dabei? Ja, ja. Ich habe ein paar mit. So wie du redest, hast du Cerebralparese. Ich muss es halt nur noch lernen. Ja. Cere... Cerebralparese. Cerebralparese. Cerebral oder Cerebral? Äh. Oder? Cerebral, wenn ich mich richte. Cerebral, glaube ich. Cerebral. Cerebralparese. Cerebral... Ach, Cerebral. Ja, ja. Cerebralparese. 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 Wer denkt sich solche Wörter aus? Cerebralparese. Ja. Cerebralparese. Ja, ja, ja. Pff, erstes Lehrjahr. Nicht so wie der Bub aus dem Hafen. Sei sieh. Im ersten Lehrjahr, der dann verletzt wurde. Ich geh hier mal noch schnell zwei Repaircats kaufen. Bei der Strecke, äh, der Strecke, ja. Genau. Der Strecke ist noch lang. Nicht aussteigen. Jetzt kannst. Also ich hätte dich nicht umgefahren, aber nicht, dass du dann aussteigst und losrennst. Das sag ich lieber vorher. Ah, ich hab ja noch Geld dabei. Äh, wo ist denn hier der General Store? Sag ich nicht, das ist der am anderen Ende der Stadt. Hier gibt's keinen General Store. Aber beim Black Mermaid vielleicht? Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Der ist doch gar nichts, oder? Ach, das ist der Broker. Hier gibt's auch nichts. Das ist ein Witz, oder? Ach, den gibt's jetzt oben bei dem Rebellen-Ding deswegen. Den hätten wir dann kaufen müssen. Na, vielleicht findet man noch ein... Komm, wir haben da auch mal eine Tankstelle vorbei. Bei Sanitäts-Außenposten. Halt ich nochmal. Aber ich will erst mal mein Geld einzahlen. Na, wie viel kostet das so ein Repaircats? Ich nehme einfach 5000. 1000. Okay. Achtung. Kannst los, will ich. Warte mal, ich... Nee, ich muss ja auch noch einzahlen. Außenauto. Ist ja ganz cooler. Ja, ja, ja. Ich will jetzt die gleiche Farben. Dann geben wir mal Gas hier. Das hoff ich doch. Oh, leid. Ich will dich nicht einholen müssen. Aber ich... Ich... Muss man... Müssen wir dann in Sinister mal fragen, was jetzt genau passiert ist. Ja. Weil ich glaub, weil ich hab keinen Polizisten in Montur gesehen da drin. Nur Rebellen. Ja, die sind halt irgendwie alle daneben gelandet und wollten das wahrscheinlich raiden oder so, haben sich da nicht getraut, weil da zu viele waren. Ich hab keinen Ahm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kannst mit 300 durchfahren. Ja, ja. So, jetzt 200 Meter rechts. Du siehst es ja schon. So, jetzt eigentlich der Hauptstraße folgen. Ich glaub, die Welt abfahren wollen. Ja, ich hatte nicht zweimal alt getrickt. Jetzt hab ich mir als erstes angewählt. Wenn in echt schließe ich mich auch nicht, schnall ich mich doch auch immer an, aber hier schließe ich nicht zweimal alt. Du spielst zu wenig, ist das wohl. Ja, ja. Mit 200 durch die Stadt, wenn sie mich jetzt blitzen, will ich in Lappen los. Da bin ich in Lappen los, ja. Und mein Leben auch fast. Achtung, ich stehe in der Kurve. Sehr blöd. Bist du tot? Nein, nein, nein. Aber reparieren musst du. Ja, also fahr in der Stadt langsam, da kommt eine S-Kurve. Eine sehr, sehr scharfe. Ja, ja, sehr, sehr scharf. Wahrscheinlich eh nix. Ja, das sagte ich auch, ich hab schon übelstzeitig gebremst, aber trotzdem die Kurve nicht gekriegt. Nach DP14 kommt die Kurve, falls sich das interessiert. Ne. Fahr da wirklich links, weil ich stehe da etwas unten gut. Wie kann man denn eigentlich GPS einschalten? Steuerung an. Alter. Ja. Was? Leere rechte Steuerung, nicht linkes. Oh. Alter, lass einfach. Alter, ich geh langsam krank. Jetzt bin ich gegen eine Treppe gefahren. Aber es fährt noch. Oh Mann. Jetzt sind alle bald hinten. Jetzt hier der irgendwie nehmt, geht. Alter ey. Nee, der kann nicht mehr vor kurz. Wie Kurve meinst du dich? Da bist du jetzt irgendwo... Ah, bei der Kurve, okay. Vorne ist noch eine Tankstelle, ich geh da. Ich glaub noch mal einkaufen. Ich brauch noch weniger Geld. Da ist kein Bubi, oder? Da vorne. Da ist kein Bubi, oder? Da ist kein Bubi, oder? Da ist kein Bubi. Ich war nie witz, okay? Ja. Nee, der läuft jetzt auch nicht. Wir holen die Ladung Pflaster ab. Was ist denn da schon los? Hallo? Hallo? Äh... Ach viel. Okay. Die Leute brauchen halt auch etwas länger. Das ist nicht alles so verrückt. 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 Das ist ein Heli. Hinter uns ist ein Heli. Ja tatsächlich. Ah, der hat sie. Ich will den etwas weiter wegplocken. Oh, der hat sie verhalten. Okay. Direkt unter den Stromleitungen verhalten. Hard Mode. Du mich auch. Ich will das aussteigen, bitte. Jawoll! Jawoll! Was? Doktor Sommer wurde getötet. Der hat es bestimmt abgestürzt. Ich glaube, dass du deswegen auch etwas aufpassen. Ja. Die wollen jetzt alle die Hölle im Kitting Pflaster. Ja. Ich bin still. Ich muss meinen Sound noch höher drehen. Hallo Frau Doktor Ehle, ich hätte gern so viel zu locken, die Pflaster erraten. Ja, sie kriegen eins, sie sind der erste, der Schirm, der erste, die erste Ausführung. Ja, sie sind der erste. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ich bin zweiter, juhu. Herr Olafson ist der zweite. Ich möchte die mit den roten Augen. Dankeschön. Zwei Kollektionen, genau. Die mit den roten Augen gibts nicht mal auf, da haben sie recht, haben sie schon informiert, was Herr Olafson? Ja, ja, ich hab die ganze Zeit ihren Blog im Internet gelesen und jetzt endlich ist es ja soweit. Deswegen bin ich sofort mit dem Murk hergekommen, um gleich noch 100 Stück mehr mitzunehmen. Nur nicht. Uh, 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 100 Stück mehr, da muss ich dich leider enttäuschen, Herr Olafson, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist nur eine begrenzte Anzahl, tut mir leid. Ja, das ist schade, aber okay. Trotzdem vielen Dank für das Pflasterchen. Sie haben den zweiten, seid ihr doch glücklich. Ja, ich wollte eigentlich den ersten, aber Schirm hat er sich vorgedrängelt. Ja. Bin ich schon zu spät? Oh ja, das bist du. Oh, das ist nur der dritte. Aber ich brauch wirklich ein Pflaster. Ja, die beide. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Gibt Pflaster, ich hab extra von der Frau Doktorin auch welche bekommen. Also ich glaube, du brauchst mehr als ein Pflaster. Oh, hey, da sind wir doch jetzt nicht... Oh, aber das ist wieder heil. Oh ne, der hat die schöne rote Farbe von meiner Hose gesehen. Das geht mal gar nicht. Hattest du deine Tage oder wieso waren die Hosen so rot? Ihr kennt aufs Bürogebäude den Kavala. Ich hab da viermal runtergesprungen. Okay. Nur wegen dem Pflaster. Dann hast du es dir aber auch verdient. Zeug Hingabe. Ja. Nur wegen dem schönen Hello Kitty Pflaster. Das kannst du stolz sein. Aber nicht damit duschen, sonst geht's ab. Stimmt. Also sind wir nicht wasserfest. Na, ich werd mich jetzt nie wieder waschen. Bei dem schönen Pflaster hier. Also echt, das ist mittlere Qualität. Die müssen gefälligst wasserfest sein. Du kannst dir eins ein tätowieren lassen. Da gibt's nen Kavala, so nen tollen Typen. Der macht das. Pflaster eintätowieren lassen. Oh Gott. Ja, das wird dann so unter die Haut geschoben. Oh, das muss ich ganz auffragen. Weil sich die Arzt auch grad entdecken. Das sieht dann auch klar aus, ne? Weil dann entzündigst dich noch so schnell und dann kriegst du wieder einen Pflaster für den Zünder. Ja. Auf nem riesigen roten Pfunk dann auf der Hand. Oder wo auch immer. Uh, Liegestützen. Ja, der Arzturfer ist wirklich aktiv. Halt mich immer noch nicht. Dafür bin ich zu unsportlich. Ich verdrück mich da mal wieder. Danke fürs Pflaster. Noch nen schönen Tag. Tschüss. 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 Ich dachte es kommt mehr. Ich steig doch mal wieder in meine Premium Kachel. Bestimmt aus Korea, wa? Kinderarbeit, das seh ich sofort. Kinderarbeit, schäm dich. Die Zylinder sind auf Kinderköpfen gemacht. Das hat sich gelohnt. Scheiß auf die 50.000 von das Pflaster, weil ich ein Orca ausgeholt hab. Und du warst auch noch Erster. Das werd ich dir nie verzeihen. Ich hab dir so viel verziehen, aber das werd ich dir nie verzeihen. Stimmt anderes halt. Ist ja keine Orca. Da war euer Pass. Wolltest du? Sorry, ich muss ja wieder einen machen. Mhm. Willst du? Was? Klingen? Ja, klar. Achso. Bisschen höher aber. So, dann. Das war doch jetzt. Das war doch auch jetzt Action, oder? Das war richtig lustig. Ja, mach mal schon. Oh, ich kann. So, dann sehen wir uns gleich. Tschö, Jürs. Warte, 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 warte Warte, warte Das wäre jetzt so geil, wenn das wirklich konzidiert, dass wir nicht sterben Hey, wir, ihr prolt ins Fall Ja Je Je Ich bin etwas schreck gelandet LOL 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 Ich flieg noch, obwohl ich auf dem Ort bin Ich bin etwas schrecklich Ich bin etwas schrecklich also georg oder stellschwede schießt schon mal nicht was machen die? Wurde haben leider Autos geparkt und der macht die jetzt kurz weg das waren 5 Schüsse, 4 Schüsse sogar der SUV hat wirklich nichts aus ey der hat erst gerade die 4 Schüsse Autos aushalten ja ich glaube M muss ich noch glaube ich im Moment ach du lange weise äh ne ich komme jetzt am dritten Morgen nicht runter dieser Sinister macht alles kaputt ja sorry ich hab da leider so einen Schwingerfinger Gicht im Finger ich glaube du wärst bei den Opas ganz gut aufgehoben die haben das auch alle die brauchen kein automatisches Schießen das ist einfach durch Parkinson die Opas sind schon da oder kannst du die einpacken? ja oh loi 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 ja die sind grob bei mir voll ja bissl weißt du der macht die Garagenkammer dass wir landen können oh mit ner Rad hier im Grill und Sinister Terror ha 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 Feier Lagerfeuer der ist schon lustig kann man nichts sagen da verscheiß dich nix das ist alles kalte herzlichen Dank lagerfeuer hat endlich sieht man was hier lol wie viele sind das jetzt alter guck mal was da für in Schwung kommt lol Hey Leute! Hey Leute! Guck mal, ich hab gerade im Mohawk ersatz gesessen. Das ist uns gesehen niemand. Ich muss jetzt auf den Rucksack aufpassen übrigens. Das ist doch provozieren, Alter. Guck mal, wie der provoziert. Scheiße. Hey Sinister! Bisschen eng hier! Also wenn der das Ding jetzt hier kriegt, dann kann das nicht. Der will jetzt nicht da drinnen landen, oder? Doch, doch will der. Deswegen hat er das alles links kaputt gemacht. Ich seh jetzt an der Warte, wenn der das fehlt und das Ding in den Sand sitzt, dann ist das jahrelanges Gelächter, wenn er schafft. Das kriegt er nicht hin! Das kriegt er nicht hin! Achtung, da fehlt ein Vogel in die Rotwur. Scheiß Taubel. Boah, drückt der den runter. Ich geh hier bald was weg für das Ding in den Sand. Aber der sitzt ja wirklich gut auf. Wow. Ich hab sogar drunter gesprungen. Okay, ja.